Wir hatten echt Spaß. Also ich finde, um uns Mitarbeiter wird sich wirklich vortrefflich hier gekümmert. Nicht gekündigt, Entschuldigung, gekümmert. Gekündigt kommt dann später. Was soll das heißen? Also ich guck dich an, ne? Achso, okay. Einfach weitermachen, den Stein ist dann zurecht. Okay. Hi, ich bin im Interview. Janko wird durchgängig jetzt telefonieren. Ja. Der muss an seinem Telefon dann nachholen. Also da werdet ihr heute noch einen Spaß haben. Ja. War ich das schon? Ja, ne? Toll. Super. Entspannt. Ja, mein Tag war super. Ich hatte ein tolles Drehteam hier. Wir hatten echt Spaß. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.